Der neue Kollege. Grüß Gott, entschuldigen, ist dieser Platz frei? Ja, sind Sie neu in der Firma? Ja, ich bin seit einer Woche hier. Gefällt Ihnen die Arbeit? Ja, sie ist sehr interessant und meine Kollegin ist sehr nett. Wo arbeiten Sie? In der Reiseabteilung. Ach so, das ist gut. Ja, danke.